Ein Mann betrat ein kleines, nicht besonders sauberes Restaurant und entschied sich, eine Schüssel Hühnersuppe zu bestellen. Sobald die Suppe serviert wurde, schaute er hinein und begann plötzlich zu schreien, Was ist das? Da ist ein Schamhaar an meiner Suppe! Ich weigere mich dafür zu bezahlen! Mit diesen Worten stürmte er aus dem Restaurant. Die Kellnerin, die von diesem Verhalten wirklich empört war, beschloss ihm zu folgen, um zu sehen, wo er hinging. Sie beobachtete, wie er die Straße überquerte und ein Bordell betrat. Misstrauisch schaute sie durch das Fenster und sah ihn an der Tür mit der Puffmutter reden. Er wurde dann schnell in ein Zimmer mit einer attraktiven, blonden Frau geführt und der Mann zögerte nicht lange und hatte direkt Sex mit ihr. Unfähig, ihre Wut zu kontrollieren, stürmte die Kellnerin in das Zimmer und schrie den Mann an, Du machst einen Riesenwirbel wegen eines Haares in der Suppe und dann kommst du hierher und hast direkt Sex mit dieser Frau? Der Mann hob seinen Kopf, sah sie an und antwortete, Ja, und nur damit du es weißt, wenn ich hier eine Nudel finde, werde ich ebenfalls nicht bezahlen.